so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die camu weiß blinker eine batterie auf die ich mich wirklich wahnsinnig toll freue neem haben wir hier 496,8 gramm gut dass man es wissen und uns erwarten hier fette goldweiden mit weißen spitzen in dem sinne weiß blinker und ja gekauft wurde die bei röder und genau mit diesen informationen gehen wir jetzt raus und sind diese unfassbar schwere und geile cake viel spaß so jetzt also die ist glaube ich meine lieblings funke batterie jetzt an diesen abend ja bist du bereit aber sowas von ja unglaublich unglaublich ja